Viel Spaß! Spaß! Geil, ich bin Jester Guesser. Mal gucken, was wir damit anstellen können. Terce, wieso läufst du nur von der Leiche weg? Wo denn? Cafeteria? Habe ich nicht gesehen, die Leiche. Schade. Ich finde, wir sollten Terce jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Und wer ist denn hier am öftersten im Endgame mit drinne? Ich glaube ich. Okay, dann worte ich dich. Das finde ich gut, ich worte mich auch. Ich bin, glaube ich, auch relativ... Für Terce, das Runde. Komm Swapper, mach mich stolz. Oh nein. Komm! Swap! Swap! Nein, oh, das ist nicht... Das war die einfachste Jester-Runde, die ich in meinem Leben jemals gespielt habe. Nee, oder? Fress mir halt noch Herder aus der Hand. Hallo, ich hätte nicht hier opfern wollen, oder? Ich will, dass ich geskript habe. Oh mein Gott. Oh Scheiße! Hallo! Haha! Haha!